Twitter ist quasi die Kim Kardashian der Hightech-Branche. Tech Freaks, der Hightech-Podcast von BILD. Mit den wichtigsten News der Woche. Hallo und herzlich willkommen zu Tech Freaks, dem Hightech-Podcast von BILD. Hier sind Alexandra Nikolai und Martin Eisenlauer. Wir wollen heute wieder über Technik sprechen. Ja, und ich glaube, die Schlagzeile der Woche ist das Thema Gamescom. Ja, wobei, eigentlich ist es ja nicht Gamescom, glaube ich, irgendwie so. Also, wir hatten letztes Jahr ja, oh Gott, letztes Jahr, wir hatten letzte Woche ja schon drüber gesprochen, dass viele der wichtigen Aussteller gar nicht zur Messe kommen. Und jetzt hast du entdeckt, also wir sind ja auch nicht da, dass es auch andere Dinge gibt, die man aus der Gamescom irgendwie so gewohnt war, die dieses Jahr nicht auftreten. Ja, es soll wohl, also die Schlangen halten sich wohl in Grenzen. Gerüchte sagen, die Schlangen halten sich in Grenzen. Dass die Leute sich nicht mal gegenseitig anrempeln und die Besucher halt genug Platz haben, um durchzuspringen. Was eine Aussage für sich ist, natürlich einerseits schön, wenn man entspannt spazieren kann und sich alle Stände anschauen kann. Und andererseits fehlt so ein bisschen der Hype. Ja, also die Gamescom war ja dafür berühmt eigentlich, dass die wahnsinnig voll ist, dass man da nur rein kann, wenn man kein Problem mit Körperkontakt mit anderen Menschen hat. Und dass man da auch teilweise mal bis zu fünf, sechs Stunden drauf warten musste, wenn man ein neues Spiel ausprobieren wollte. Und wenn das nicht mehr passiert ist, das ist zwar eigentlich schön, aber die Wahrheit ist halt, es liegt wahrscheinlich nicht daran, dass es plötzlich viel mehr Spielmöglichkeiten gibt, sondern es liegt halt wahrscheinlich am mangelnden Interesse. Und das ist schon sehr traurig, ehrlich gesagt. Ja, das fühlt sich so an, als würde die Relevanz für die Gamescom zumindest derzeit nicht hochgehypt sein. Ja, ich glaube, das Problem ist einfach, ich habe die Tage auch mit einem Kollegen gesprochen, der sagte, naja, das wird schon wieder kommen und das ist jetzt noch Corona. Ich glaube, ehrlich gesagt, das kommt auch nicht mehr, weil es gibt jetzt halt mit Early Access und irgendwelchen Streaming-Diensten so viele Optionen, Spiele vorab mal anzugucken oder sogar auszuprobieren. Und die gab es halt früher nicht. Und da hat es sich gelohnt, für das neue FIFA irgendwie nach Köln zu fahren und da dann vier Stunden anzustehen, um mal eine Partie zu kicken. Und jetzt ist es halt so, A, FIFA ist gar nicht da, weil EA nicht da ist und B, selbst wenn es da wäre, du hättest auch schon ganz viel online sehen können und über den ein oder anderen Dienst vielleicht sogar das Spiel, das dich interessiert, auch schon ausprobieren können oder mit einer Demo mal spielen können. Und ich glaube einfach, da muss man sich neu erfinden. Und da hatte ich jetzt auch so das Gefühl, das, was die Messe so macht, ist bisher nicht so überzeugend. Die Berichte, die ich so gehört habe, klingen eben an, dass das in Zukunft, wenn dann nur noch so ein Hardcore-Fan-Event wird und nicht mehr eine große Messe, die dann riesig besucht wird, sondern nur noch diejenigen, die es nicht lassen können, dann halt auch zu mingeln am Stand und sich darüber auszutauschen oder, keine Ahnung, das nächste T-Shirt möchten. Ja, man sieht ja auch viele Bilder von Cosplayern. Und also da gibt es ja auch Subkulturen, die das richtig feiern. Die wirklich sagen, okay, wir gehen zur Gamescom, weil wir uns dort treffen wollen und weil wir, also gar nicht wegen der Spiele so richtig, sondern weil Spiele unser gemeinsames Interesse ist und wir uns dort gegenseitig sehen wollen. Und das macht ja auch total Sinn. Und da ist es dann auch sinnvoll, die Messe hat ja auch schon gesagt, man will sich eher zu so einem Gaming-Festival umbauen, also dass die Gaming-Kultur feiert und nicht mehr so sehr die neuen Spiele. Und ich glaube aber auch, wie du ja gerade schon gesagt hast, das wird halt unterm Strich die Summe der Besucher reduzieren. Das muss ja nicht die Qualität der Veranstaltung reduzieren. Aber 373.000 Leute, die da zu Hochzeiten mal da waren, die wird man dafür nicht begeistern können. Ist vielleicht auch nicht so schlimm. Dann hat sich auch mal wieder was geändert auf Basis von Corona dann zwar, aber ist vielleicht nicht das Schlimmste, was uns passieren kann. Weißt du, was noch schade ist? Aber das weißt du ja, denn du hast es recherchiert. Das ist komisch, dass die Worte Schade und Digitalisierung so oft hier in Deutschland in einem Satz benutzt werden. So ist es. Denn du hattest mal geschaut, wie hängt es denn, wie steht es eigentlich um die Digitalisierung bei uns in Deutschland? Und was schaffen die Behörden und was schaffen sie nicht? Ja, also der Bund hatte sich 2017 ein Digitalisierungsgesetz gegeben. Und da stand drin, dass man bis Ende 2022 575 Behördengänge digitalisieren möchte. Das hörte sich damals natürlich irgendwie nach einem schlauen Plan an und das passt ja irgendwie auch in die Zeit und dann wirkt man modern, wenn man als Politiker sowas beschließt. Ja, und jetzt wurde mal nachgeguckt und es sieht nicht gut aus, um es mal vorsichtig zu sagen. Also es ist kaum was davon umgesetzt. Und es wurden 35 Boosterleistungen definiert. Also Dinge, die besonders wichtig gewesen wären, sie zu digitalisieren. Also so Dinge wie Wohnsitz ummelden und, ich weiß nicht, Führerschein bestellen oder sowas. Also was man halt so öfter mal braucht. Ja, und selbst die werden wahrscheinlich bis 2022 nicht mehr umgesetzt, sondern auch da wird man in der Verzögerung sein. Also was ich halt so bitter finde, das überrascht niemanden mehr. Leider nicht. Und man muss dazu sagen, was ich so traurig finde, ist, ich glaube, wir stehen uns hier wieder zu dem Thema Security und so weiter ein Stück weit selbst im Weg oder generell in Europa. Andererseits, ich möchte halt auch nicht, dass mein Personalausweis und alles, was ich so beantrage bei den Ämtern, dass das alles irgendwie geleakt wird. Also auch da, wo ich sonst sage, das ist mir alles nicht so wichtig, an dieser einen Stelle wäre es schon schön, wenn es secure ist. Ja, aber also auch das wäre ja machbar, wenn man es nur endlich mal in den Fokus stellen würde. Also das sind die Dinge, die ich nicht verstehe. Also es ist halt regelmäßig, werden irgendwelche Datenlücken gefunden, weil man von irgendwelchen großen Beratungsfirmen billige Lösungen einkauft, die dann auch noch teuer gekauft werden. Statt da einfach mal eine eigene Kompetenz aufzubauen und zu sagen, okay, wir brauchen mal ordentliche IT-Abteilungen in den Ämtern. Da muss sich mal jemand kümmern. Wir müssen auch mal Programmierer bezahlen und wir können das nicht immer nur irgendwo einkaufen und dann feststellen, dass die auch keine Ahnung hatten, die wir da teuer bezahlt haben. Aber dann stampft man es wieder ein. Also wir haben ja gerade ein aktuelles Beispiel mit dem E-Rezept. Das sollte eigentlich ab 01.01.2022 starten und eigentlich sollten wir jetzt in der Phase sein, wo wir alle nur noch E-Rezepte kriegen. Was ist passiert? Ich glaube, die wenigsten von uns haben überhaupt schon jemals so ein E-Rezept gesehen. Im besten aller Fälle hat man davon gelesen. Und Schleswig-Holstein hat jetzt diese Woche sogar noch gesagt, wisst ihr was, macht den Unsinn wieder zu, weil der Datenschutzbeauftragte gesagt hat, die Übermittlung dieser Rezepte entspricht überhaupt nicht dem, was wir für sicher halten. Also es kann am Ende jeder mit einer App lesen, was in diesem Rezept steht. Und das wird gar nicht geprüft, ob der, der das liest, da Arzt oder Apotheker ist. Ja, und da fehlt einem schon. Also mir fehlen da echt alle Worte immer wieder. Ich bin da so ein bisschen fassungslos. Ich glaube, es zwingt uns immer noch alle, analog unterwegs zu sein. Das persönlich finde ich sehr schade, weil vor allem, wenn man krank ist, hat man keine Lust, dann immer unterwegs zu sein und dann zum Arzt. Und also das Thema Telemedizin wäre schon was Schönes, wenn das endlich mal richtig bei uns hier ankommen könnte. Für die Fälle, wo man dann halt nicht vor die Haustür kann. Today we're introducing... Unser täglich Apple gibt uns heute. Apropos schade, Apple verlässt China oder plant da zumindest sich ein bisschen weiter aufzustellen. Die hatten ja mit der Fertigung große Probleme, weil es in China Lockdowns gab. Man weiß bis heute noch nicht, ob das iPhone, das übrigens am 7. vorgestellt wird, da können wir auch gleich noch drüber sprechen, ob das iPhone 14 pünktlich in den Handel kommen wird. Und darum scheint man sich jetzt etwas breiter aufzustellen. In Zukunft soll das iPhone 14 nicht nur in China, sondern auch in Indien gefertigt werden. Das läuft bei mir unter Plan B. Man muss sich ja auch einen Plan machen, wenn mal wieder China nicht liefern kann oder China nicht liefern kann. Und die Rohstoffe auch langsam knapp werden an der Stelle und halt Indien gerade noch, ja, Kapazitäten hat. Und das kann man jetzt, glaube ich, und das ist nicht unschlau, ne? Also es sind nun mal eins der Telefone oder das sind die Geräte, die halt sehr häufig verkauft werden. Ich finde es nicht schlecht, dass Apple sich da einen Plan B aufbaut. Ja, ich glaube, der Plan ist auch tatsächlich, Indien mal als Markt für sich zu erschließen, weil Indien ist ein riesiger Markt, Indien ist aber wahnsinnig preissensibel. Also da bist du, wenn du 200 Euro umgerechnet ausgibst für ein Handy, dann sind die da schon teuer. Insofern ist das, glaube ich, ganz schlau, sich bei Apple zumindest da mal aufzustellen. Und man spart sich natürlich auch die ganzen politischen Verwicklungen, die in einem etwaigen Handelskrieg USA-China dann plötzlich ganz relevant wären. Und so wie ich Apple kenne, werden sie da, sobald sie eine signifikante Kapazität aufgebaut haben, natürlich auch darüber sprechen, dass ihr Handy nicht mehr aus China kommt. Das wird natürlich politisch dann besonders relevant sein, spätestens wenn es wieder um das Thema Menschenrechte geht und Co. Ja, lass uns noch kurz über den Termin sprechen. Das fand ich auch bemerkenswert. 7. September wird das nächste iPhone aller Voraussicht nach gezeigt. Es ist ein Mittwoch. Oh, oh, oh. Was bedeutet Mittwoch? Bisher war Apple-Tag ja immer Dienstag. Also zumindest die letzten Jahre über gab es die Keynote immer an Dienstagen. Glaubst du, es ist nur Zufall? Nee, ich glaube nicht, dass es Zufall ist. Ich glaube, man möchte sich ein bisschen verändern, ein bisschen frische Luft reinbringen. Vielleicht hängt noch mehr dahinter, was ich jetzt gerade nicht durchblicke. Irgendwo öffnet die Börse zu einem anderen Zeitpunkt oder irgendwas in der Art, wo man dann halt vorplanen kann oder besser einen Start hat nachher dann in die Zahlen. Ich glaube, das ist einfach nur ein Veränderungswunsch, anstatt immer alles gleich zu machen. Das heißt, du gehörst nicht zu den Leuten, die aus dem Termin dann schon ableiten, dass vielleicht auch das iPhone verzögert kommen könnte. Also es gibt ja Analysten wie Kuo, die sagen, die haben massive Lieferschwierigkeiten. Und es könnte zum Beispiel auch sein, dass das iPhone 14 Pro erst später kommt. Also dass das iPhone 14 wie gewohnt dann schon bestellt werden kann und auch sehr schnell geliefert wird nach der Keynote. Aber dass das Pro-Modell vielleicht sogar erst im November kommt oder vielleicht sogar erst im Dezember. Aber selbst wenn, ich würde es jetzt nicht an diesen Termin der Veröffentlichung selbst oder der Keynote selbst halt hängen, sondern dieses Problem haben wir ja auch die Jahre zuvor gehabt. Also spätestens mit Covid hatten wir ja dieses Thema, dass es immer wieder Lieferengpässe gegeben hat. Und ich glaube nicht, dass ich das an dieses Datum knüpfen würde. Das ist jetzt, also für mich ist es zu weit hergeholt. Inside Internet. Ja, und zu guter Letzt haben wir noch Twitter. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, wir haben jede Woche irgendeine Skandalmeldung über Twitter? Ja, weil sie sich ja einfach nicht beruhigen. Also das ist irgendwie, also wenn man denkt, wir sprechen häufig über Apple und über Android, Twitter ist immer mitvertreten. Twitter ist quasi die Kim Kardashian der Hightech-Branche. So ist es. Hat immer ein großes Paket mitzuschleppen. Gott sei Dank hast du das gesagt. Ja, was gibt es Neues von Twitter? Es gibt ganz viel Neues. Wir wollen heute mal nicht über Elon Musk sprechen, der Twitter vielleicht jetzt ja doch kaufen muss, sondern der ehemalige Sicherheitschef des Dienstes. Paita Zatko hat ausgesagt und sich als Whistleblower gemeldet. Und der erhebt schon sehr, sehr schwere Vorwürfe. Er spricht von angreifbaren Softwaren, die da laufen, auf veralteten Servern, von Management, das nur daran interessiert ist, Probleme zu vertuschen und nicht zu lösen. Und von einer Kultur, die sich quasi nur am Wachstum orientiert und nicht an der Sicherheit der Plattform. Sein Fazit ist, Twitter ist tatsächlich eine Bedrohung der nationalen Sicherheit und der Demokratie in den USA. Schon hat da Tobak. Ja. Aber auch nicht überraschend, oder? Nee, denke ich nicht. Ich glaube, Twitter hat da in ganz vielen auch bedrohlichen Elementen oder Elementen eben gegen die Demokratie und gegen die Sicherheit. Er hat so seinen Anteil. Und wenn man sich jetzt halt auch noch anguckt, dass eben security-technisch das Ganze eben nicht auf sicheren Beinen aufgestellt ist, weil man sich nicht darum kümmert, die Lücken zu schließen, reicht es, glaube ich, eins und eins zusammenzuzählen und sich zu überlegen, warum Elon vielleicht auch keine Lust hat zu kaufen. Ja, klar. Was er auch noch erzählt, das fand ich auch noch bemerkenswert, ist, dass sehr, sehr viele Mitarbeiter quasi unkontrolliert Zugriff auf private Daten der Nutzer haben. Also ich meine, klar, das ist bei Twitter im Zweifelsfalle nur die Telefonnummer, das ist da schon der Worst Case und die E-Mail-Adresse. Aber auch das zeigt halt das Bild einer Firma, wo man sich nicht so richtig viele Gedanken darüber macht, wie sicher Dienste sind, sondern wo es vor allem darum geht, Reichweite zu generieren und Geld zu verdienen. Wobei auch das tut Twitter ja nicht so nachhaltig. Ja, ich bin ja vor Jahren schon ausgestiegen. Mich hat das Ding gelangweilt. Ich bin da ja immer, wenn ich ganz schlechtere Laune hätte. Ich finde, Twitter ist tatsächlich so eine Maschine, die immer funktioniert, wenn du das Gefühl hast, ich würde gern mal wieder beschimpft werden oder ich will unsachlichen Unsinn lesen. Dann ist Twitter optimal. Ja, wenn man gute Laune hat, sollte man da, glaube ich, nicht hingehen, außer man möchte diese gute Laune eben loswerden. Aber eine Sache gibt es eben zu Twitter noch zu berichten. Ich meine, seit gestern gibt es im englischsprachigen Raum auch die Möglichkeit, sich Podcasts über Twitter anzuhören. Ja, das, worauf wir dringend gewartet haben. Also für die Leute, denen es nicht gereicht hat, dass Podcasts schon Spotify zukleistern mit Inhalten, die man nicht haben will an der Stelle, die können jetzt auch noch über Twitter Podcasts hören. Ja, ja. Vielleicht hört uns ja dann auch irgendwer auf Twitter und hört ja, was wir darüber zu sagen haben. Ach stimmt, wir machen ja auch einen Podcast. Da war was. Verdammt, das hätte ich vielleicht so. Aber es ändert ja leider nichts daran. Ich finde, es gibt Plattformen, da passen Podcasts hin. Ich finde, es gibt Plattformen, da passen sie nicht hin. Für mich ist Spotify tatsächlich so ein Punkt, wo ich einfach denke, die haben das bis heute nicht hingekriegt, einen guten Podcast-Client zu bauen. Und ich würde bei Twitter jetzt auch nicht erwarten, da einen wirklich guten Podcast-Client zu finden. Ich glaube, darum haben sie sich gar nicht die großen Gedanken gemacht. Es ging einfach nur darum, noch eine weitere Eierlegende und so mit reinzunehmen. Es passt halt dann auch wieder in das Bild, das eben der ehemalige Sicherheitschef dort zeichnet. Ja. Ja, und das waren jetzt erst mal so die Schlagzeilen der Woche, richtig? Genau, damit verlassen wir euch für diese Woche. Solltet ihr wieder erwarten auf der Gamescom sein, habt trotzdem viel Spaß dort. Schönes Wochenende. Das hier ist die Zündkerze, die euer Herz mit ordentlich PS pumpen lässt. Aber was passt besser in euren Alltag und ist dabei vielleicht noch elektrisch unterwegs? Klären wir für euch bei Autobild, das Magazin. Die neue Fernsehsendung mit allem, was ihr über Autos wissen wollt. Moderator Sidney Hoffmann testet für euch die neuesten, coolsten, wildesten, teuersten und günstigsten Autos. Da ist für jeden was dabei. Also, nicht verpassen. Autobild, das Magazin. Die große TV-Premiere am Sonntag, den 28. August, in Doppelfolgen ab 13 Uhr bei BILD TV. Alle Infos zu BILD im TV findet ihr unter BILD.de.